Aha, unversiegbar, ok. Hm. Mio! Sorry. Lost my focus. How's Sana? Ahh! 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 Ha! All right, then. Noah! You're crazy! That's the Queen! I know. But we have to. Even so! Noah! What? What's she? Oh, yeah. Her Majesty is a... Machine! Sparkoff! Are you serious? You serious? Was that your doing, Queen? You haven't given up your false hope. Very well. By all means, look on. Witness how hollow your hope rings, as I slice it all to ribbons. What? Again? Blast it. Why does he make my head hurt? Noah! What's wrong? We're not done yet! Take up your blade! What's going on? Are you okay? It is fate! Oh! Fate! Many have tried. But none have ever managed to escape its flow. Wait, that sword! How does he... What now? Noah's High Council! The... The Lost Numbers are attacking! The Lost Numbers? The Lost Numbers. The Lost Numbers! Wait, those Levenesses? Yeah, we've seen one before. Gotta be! Noah, let's book it! Yes, they won't be attacking the colony now. There's no point in our being here anymore. You're right. Still. Noah! All right! The passage of fate, how easily it slips from my grasp. Yet, perhaps, it will come within reach once more. And if it does, what will you do then? Do you need to ask? I will give us equilibrium. A time unchanging. Our eternity. A time unchanging. Ah, yeah. Das Spiel will ich speichern. Gut. Aber das erklärt natürlich auch, wie Johan halt wiedergeboren werden könnte, sag ich mal. Es ist vital, to keep a record of events. Und für. Und Öffel auch. We saw one possible answer to those questions. But we cannot accept it. Not even as a last resort. After all, it was the only path that was offered to those two. We should all be free to choose our own way. That's our belief. That's why we fight. We should all be free to choose our own way. You gonna hit something or not? Huh? What use is swinging that slab if you ain't gonna swing it at one of the actual targets? But I'm just practicing. Say, why a hammer? Uh. This looks more your style. Totally. Right? Wow. Wow. Spark me silly. She beat five eight Termas in a row. Mio, eh? She that off-seer? Yeah, she should be the one heading to the front lines, not us. Nice one, Mimi! That was awesome! Poor eighth Termers, you mopped the floor with them. Thank you, Sana. Hang on. Where's Miyabi? Oh, Miyabi? The commander in consul wanted to see her in command. Oh, okay. Hey, fancy a bite? Hmm, hmm, sure. I'm a bit peckish. It's a bit early, I suppose. No, I'm ready if you are. I'm ready if you are. Huh? I was under the impression that you didn't like fish. Huh? Ah, that is true. But can't be too picky. My muscles need protein, you know? Heh, 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 heh. Hmm. Hey, Sana. There's no need for this. Huh? Just be yourself. You know you don't have to do what I do, right? N-no, that's not... Sana. Uh, sorry. Come on. You say that too often. You've nothing to apologize for, Sana. Uh, okay. Eat what you enjoy. Never stop being you. Okay? Uh... Eat what you enjoy. You've... Eat what you enjoy. Eat what you enjoy, Ich glaube, das sollte weit weg sein. Ich habe es gut gemacht, was das war? Was war das? Was war das? Ich habe etwas gesagt? Ich meine, du hast einfach gesagt, etwas zu tun, was zu tun? Das ist lustig, ich muss einfach rausgehen. Was war das? Du bist so... ...loneig. Huh? At training? In camp? At night? She's always got friends right by her. But why does it seem like... ...she's all alone? How come? So that's the way you see me, huh? A loner? Senna. I was hoping more plucky heroin girl, or one-track muscle head. That's more what I kind of shoot for. Now look. Oh, no, you don't. I think you're just being nosy. Senna, please. I'm fine. Really? Don't worry about me. Ich glaube, es war ein bisschen wie ein... ...dass man diese unbekannte Streitmacht nicht im rechten Moment angegriffen hätte. Man denkt ja immer, man wird zur Not mit allem fertig, aber auf so eine Situation waren wir nun wirklich nicht vorbereitet. Das ist genau der Grund, warum man im Vorfeld für jede denkbare Eventualität eine Strategie ausarbeiten sollte. das dauert bestimmt verdammt lange das schloss und diese marionettenkönigin können uns jetzt erst mal gestohlen bleiben ja da möchte ich sobald garantiert nicht mehr hin wir sollten unseren weg fortsetzen ja ihr habt recht die schwert marke ist nicht mehr fern lasst uns aufbrechen wo ich komme ganz leicht rein ich würde gerade sagen und wie komme ich jetzt da hoch so damals so ich würde kurz auf die karte gucken die mir irgendwie gerade null bringt ich sehe da hinten noch einen behälter container wort er war den würde ich mir gerne noch holen und dann machen wir uns auf zur nächsten art mission ich will erst mal gucken ob ich bis zum nächsten lager kommen wir jetzt denn ich habe da noch eine heldenmission die ich gerne machen würde ach so apropos erst aus rang 2 dies waren sieben das kann noch eine weile dauern das sind jetzt die klassen die eigentlich gar nicht zu den charakteren passen und deshalb leveln die jetzt hier ziemlich langsam solange ich aber mit den klassen auskomme jetzt erst mal in den kämpfen ich habe natürlich jetzt auch immer relativ wenig gegner mitgenommen von daher stimmte ich könnte auch die noppern minzen verwenden da da eigentlich recht Vielen Dank.